herzlich willkommen allen freunde zurück zum minecraft dungeons falls es welche noch nicht mitbekommen haben minecraft dungeons kommt jetzt jeden zweiten tag im abwechseln mit animal crossing und wenn kein animal crossing kommt dann kommt halt immer noch eine folge minecraft dungeons stattdessen wir haben letztes mal die kürbisweiten gemacht deshalb machen heute in ernsthafen habe ich schon öfters bisschen durchgespielt bis ich dann gesehen habe überhaupt keine coolen waffen mehr 54 sind wir dann probieren bis auf 56 62 irgendwie zu riskant obwohl ich ja freuen also beim ersten schwierigkeitsgrad der überhaupt kein problem hatte mit dem maximalen vielleicht ändern wir das auch noch aber ich glaube ich will erst mal eine bessere waffe haben obwohl die waffe schon super guck mal hier weg mit euch hier auch da ist die hexe oder da ist nur eine hexe muss weg die muss weg und du auch danke da hier bitteschön ich hasse creeper super ich weiß auch dass der dann schon hier nicht allzu lang ist das ist echt das hilft mir gerade wo du packst weg mit dir weg mit dir noch lange nicht sagt mir erst wie art du bist ich brauche hier niemanden weg mit dir eigentlich hat die hexe mich nicht gesehen jetzt aber wir gehen einfach weiter Leute wir gehen weiter die interessieren uns doch nicht aha aha jetzt zu dir hier weg mit dir quatsch und weg oh gott creeper den habe ich aber sehr schön weg mit dir sehr sehr gut one hit ist auch immer schön zu sehen und ihr könnt auch mal weg auch guck mal hier keine pro ich habe hier kein problem creeper weg mit dir so der nächste creeper noch einer da schaut euch das an wie gut ich einfach mal wieder bin so guck mal der dungeon ist da fast schon fertig hier wie das ein rekord von unter 10 minuten wir laufen mal hier schnell 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 schneller kommt es wäre lustig wenn wir mal hier unter 10 minuten kommen würden statt 20 oder so die wir immer hatten oh gott als ob ich als ob ich nicht getroffen habe also nicht die getroffen habe die ich treffen wollte so tadaaa eine sense okay eine sense ist nicht allzu gut oh level up super das das gefällt mir level 32 äh 42 ups sorry 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 oh paar emeralds ich habe ja noch nicht so viele so ich gebe ich meistens einfach immer sowas her weil das bietet sich auf der brücke immer ganz gut an wird irgendwie nach vorne teleportiert hatte ich das gefühl so wir laufen trotzdem so nehmen wir mit nehmen wir alles mit hier auch die kiste hier oben so was haben wir hier schöne sichern sind schlechter aber ist nicht allzu schlimm so ich schmeiße einfach mal hin da ist so ein dings explodieren hier alle die explodieren einfach alle die gegner okay dich mache ich so platt bam bam und dich kleiner dich nehme ich im nahe kampf so super leute das ging ja schnell leute so so fünf minuten part leute was haltet ihr denn davon ja weiß ich nicht was ihr davon haltet ich fand es super so dann öffnen wir mal meine kiste und haben amulett bekommen das können wir aber wegschmeißen ja ja cool dann werden wir morgen oder übermorgen die kaktänen schlucht machen dann haben wir die auch dann sind wir auch bald schon wieder beim ende und ja leute ich würde sagen ich hoffe mal hier eins und zwei und hier kauf ich auch mal zwei vielleicht krieg ich eine bessere rakete ne krieg ich nicht okay leute das war es dann für heute wir sehen uns dann wie gesagt morgen bei enemy crossing und übermorgen bei minecraft dungeons bis dann und schau